so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft heute wollen wir mal wieder wie sonst auch an den haus hier oder dann nicht ja 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 wir müssen jetzt eigentlich mal die zimmer da fertig machen und wir brauchen jetzt schon so ob da steht ja immer noch darum will sie verwehren sich so ich habe ich habe mir auch gedacht dass wir diesen boden besser diese decke hier rausreißen weil ich würde gerne diesen raum hier so haben wie die zimmer also dass die decke halt so ist wie beide in den zimmern damit wenn ihr das dann ändert und dann ist nicht mehr so aussieht wieder dass wenigstens der raum noch so aussieht und der rennt hier rum stellt hier tausend von den fischern nachdenken denke ich mal was haben wir hier die hier gut okay dann mache ich das mal von unten besser aber denk dran ich habe ein besseres mikrofon wie du weißt du das ja weil ich es halt weiß ach ja außerdem läuft bei mir das ist das soundtrick im hintergrund das kann mir egal sein da 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 ja ja ist gut da 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 so ja wir haben ja jetzt noch zwei stunden 20 minuten was war das was war das das war ich bin aufs maul gefallen soll ich es rausreißen ja ja alles die komplette decke ich muss immer weggehen von dem sonst macht eben kann ich hier nichts abbauen so hier den rest kann zu machen dann sammle ich das mal auf ich glaube wir haben zu wenig sand abgebaut denke ich auch jetzt habe ich was für den wohl abgemacht ich will noch nicht bauen ich will da aus wie sich das einfach mal so was mache ich jetzt mit den stufen der redstone abreißen auch zum plan ja wir bräuchten dann noch das eichen holz ja und dann ist gut wir brauchen dann auch noch die neuen dinger die neuen die neuen nähter erze brauchen wir dann auch noch noch mal leise hier jetzt ist zu ende wieder lauter ich habe jetzt neuen player funktioniert wenigstens der player ist cool den kann man über tastensteuerung laut und leiser machen ja das heißt man muss nie wieder aus dem spiel rausgehen man kann dazu in alle ewigkeiten spielen und hat immer musik ja und ich kann sogar machen dass ich ausblenden und dann wieder einblenden also so das heißt das lied ausblende und dann nicht wechsel was hier zu viel abgeschnitten also lied ausblende und dann einfach aber ich falle immer aufs maul ich komme mir nie wieder raus kann man die ganzen blöcke gehen sehr schnellen die halben geht total arm nein wieder nicht gescheid das mache ich einfach so schaum was machst du ich brauche eine neue spitzhack warum weil keiner mehr da ist ach ja und diesen das ding da kommt weg das ist scheiße das habe ich nämlich mal ausgetestet da komme ich da in die quere oben mit redstone und deswegen muss ich das komplett umbauen ist nur der der stift der da rauskommt dieser stift diese wendeltreppe die keine mehr ist bald oh ich habe jetzt alles ausgemacht egal ja hilfst du mir auch mal was willst du denn noch ja schneller ja warte ich muss erst mal schnelligkeit bauen ach ist so leicht in schandtixx ja nicht auf level 5 ja ich muss noch 5 level und dann kann ich wieder entscheiden 5 ich muss was essen ich habe gerade einen schnitzel verdrückt ich hoffe man hört mich akustisch relativ gut ja jedenfalls ich ansonsten muss ich der käsekuchen woanders beschweren was bitte für ein käsekuchen dä 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 und wenn irgendjemand ein jump and run künstler ist dann kann er sich mal bei mir melden der kann mal entscheiden das ist das für mich fertig zocken weil ich nicht mehr klarkomme mit dem spiel ja das ja wenn ich das nächste Mal zu dir komme spiele ich auch mal ich wollte mir ja eigentlich mal die demo runterladen nur irgendwie bin ich nicht dazu gekommen ich ja eh krall du bist zu geizig um dir die demo zu kaufen ja die gratis demo ne die kostet ja Geld ja und zwar 0,00 ja nö internetverbindung halt nur uiuiui und wann ist denn endlich die Decke weg und es ist voll äh neumond der neue mond ist am himmel geht schon wieder die welt unter ja das ist ja auch mal was neues weil jetzt ist der da ist der äh ist der mond hinter der erde also ist die sonne nur vor uns und deswegen kriegen wir jetzt die komplette sonnenstrahlung ab und deswegen werden wir jetzt alle sterben wachst du aber ich lebe nur noch ja das dauert ja auch noch ein bisschen bis du stirbst und ich sterbe und ja alle der Nachbar auch alle wie schon gesagt alle sterben der Nachbar von meinem Nachbar auch kann sein ja auch meine Nachbarn in kleinen Alcatraz ja da habe ich jetzt nicht dran getan würde ich das mal aber sonst schon ich bin aber so und jetzt reißen wir das restliche Haus auch ab ja das ist alles falsch okay ich muss hier raus wirkt dich jetzt? ne ich komme ja nicht mehr raus natürlich kommt man hier raus ich will da hinten hin jetzt muss ich außen rum laufen außen rum naja mache ich einfach mal wir haben ja noch Zeit ich muss zum Eingang da hinten steht steht eine Kopie da das bin ich ja sehe ich stell den doch mal zu den Schafen dann wachsen die wenigstens nach das ist aber kein aktiver NPC außer brauchen wir keine Schafe wir haben genug Wolle ja ich brauche ne Wolle brauche ich eigentlich ich brauche was machst du da die ganze Zeit mit ich switch mich mit dem mit dem Ding durch die Gegend ja mach das schneller und ja ich habe mir auch mal jetzt angeguckt wie man das mit dem Tag und Nachtsensor macht im Snapshot es würde sogar total gut funktionieren so perfekt kann man sagen und ja jetzt kommen wir hier rein und Aua jetzt ist hier überhaupt nichts mehr finde ich voll assi ja und hier in dem Raum müssen wir können wir kein Redstone verlegen also besser können wir keine Redstone Schaltung machen weil wenn wir hier ähm tagsüber das Licht ausmachen spawnen hier Monster und das wollen wir ja nicht deswegen kommt hier überall nur Glowstones rein und hier auch also kommt die da mal weg so dann kommt da einer rein dann geht das schnell und hier einer rein da das sind alles äh Glowstones weil ich habe nämlich äh mal ausgetestet mit den Lichtleveln und da ist zu dunkel wenn wir das tagsüber ausmachen genauso wie hier in dem Raum da drüben auch ja aha also alles weg oh ne das nicht das mir ist übrigens aufgefallen dass es grad kurz vor spät ist ja ist schon lang kurz vor spät ja 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 und das heißt der Mitarbeiter muss auch mal schlafen ja irgendwann ich sag dazu bald gar nichts mehr zu dieser Frechheit ja ja ich bin doch hier nicht dein Oberknecht ja ja ist ja gut dann geh mal langsam schlafen langsam nicht so schnell nicht so schnell es muss langsam gehen du stehst ja immer noch rum jetzt jetzt muss man muss man mal langsam schlafen ich will aber nicht mit spitze in der Hand schlafen und deswegen schmeiß ich sie weg ja 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 Die muss ich halt wieder aufstellen. Die war leer, also habe ich sie weg, weil sie Platz weggenommen hat im Inventar. Ach, da ist sie ja. Ey, du hast mir die Kiste weggenommen. Ja, das ist meine Kiste. So. Steht aber nicht dein Name drauf. Ja, weil steht auf allen Items mein Name drauf. Aber nur in meinem Texture Pack. Nee, das ist ein bisschen zu viel Arbeit. Das entzieht bei dir nicht. Mach mal, dass der Typ mich anguckt. Dieser Typ hier. Hallo. 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 Jetzt tut der überhaupt nichts. Oh, hallo. Ja, hallo. Hallo. Ganz. Gut. Du kannst ja mal sagen, wie heißt das Plugin? Oder willst du das nicht verraten? Wie, jetzt ne. Hi. Hallo. Hau'n sie ab. Jetzt, jetzt machen wir wieder weg. Das hast du gerade Trocron gesagt, dass er abhauen soll. Ja, machen wir wieder weg. Jetzt hast du aber den Unmut der ganzen Welt auf dich gezogen. Das ist sowieso niemand. Jetzt schlägt ihr nicht mit der... Du musst ihn mit der Schaufel schlagen. Schaufel an Kopf. Was? Was? Ähm, ich wollte jetzt... Was wollte ich? Das brauche ich. Ja, ist zu wenig. Ich wollte erst mal gelaufen. Oh, ein Stein. Ja, ich bräuchte normales Holz. Warum ist hier Sand? Was? Eiche. 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 Zu wenig. Na ja dann. Hier haben wir Stein. Was in den Raum... Was in den Raum reinkommt, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht tausend Statuen von irgendjemandem. Achso, kann ich ja gleich mal hier. Und. Und dann nochmal. Und schon ist es hell. Und den Weg nach unten muss ich ja auch noch beleuchten, aber das ist ja erstmal... Sonne. 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 Künstliche Sonne. Ui. Ja. Ui. Also baue ich dann mal. Ich bin schon wieder Level 20, ne? Ich bin 25. Das heißt, wir können bald mal wieder eine XP-Transaktion machen. Ach. Musst du nicht eigentlich tausende von den Leveln wieder wegschmeißen? Ja, mach ich ja. Jedes Mal. Achso. Ähm, sag mal eigentlich. Ja, was? Axt. Wie soll ich denn eigentlich weiterbauen jetzt? Ja, erstmal das eine Seite da fertig machen. Dann müsste ich aber nochmal, bevor du da hier das Zimmer machst, muss ich erst nochmal ins Ritz-Town. Oder besser gesagt an die Lampen. Weil... Ein Ruhn. Warm. Hier, also, äh, warte mal. Jetzt, 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 jetzt mal, jetzt mal. Geht aus. Achso. Es geht ja nicht aus. Wenn alle Lampen an sind, kann das Licht auch nicht ausgehen. Wo kommt das Licht, äh? Kommt das her? Okay, du hast das Plugin anscheinend nicht drauf, dass man Bilder wechseln kann. Äh, das ist dein Server. Ja, aber anscheinend ist das Plugin nicht drin. Ja, dann mach halt die Plugin. Es ist... Ich weiß es nicht, welches Plugin das ist. Ich bin davon ausgegangen, es ist Essentials, aber das ist es anscheinend nicht. Das macht noch alle Lampen, Lichter sind aus. Also fast... Dann muss es wohl oder übel Craftbook sein, weil das ist das einzige Plugin, wo du nicht drin hast. So, jetzt. So, ich muss jetzt einmal hier... Die Lichtlevel ist ja im Moment hier ganz schön hoch. Wenn ich aber dann hier in die Ecke gehe, ja, dann sieht man schon... Geh in die Ecke und schäme dich. Sieht man schon, ja, mach ich grad. Sieht man schon. Wir haben zu wenig. Das ist aber... Ähm... Ja, ich müsste noch die Fenster reinmachen. Das ist aber alles jetzt eine... Der Boden ist ja noch eins zu tief. Also wenn ich jetzt einen höher gehe, müsste ich... Warte, ich mach erstmal die Fenster rein, damit... Hier... Warte, eins... Ich seh jetzt grad gar nix. Machen wir das Licht wieder an. Die dauerliche Anlage, ja. Eins, zwei, drei, vier... Eins, zwei, drei... Und dann wieder eins, zwei, drei, vier... Oh. Achtung, Server-Reboot. Reboot oder Neustart? Nee. Also. Ist das jetzt hier hell? Ich weiß nicht. Ich müsste mal mein Licht wieder ausmachen. So, hier ist es jetzt... Sieht man ja, hier ist Level 8. 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20. Ich weiß, welches Plug-in... Also, das Plug-in-Craft-Book. Das ermöglicht euch, mit dem Rechtsklick Bilder mit dem Mausrad zu verschieben. Das kannst du ja da halt mal demonstrieren. Du kennst das ja bereits. Ja, mach gleich. Also die Lampen hier müssen alle in... Neustart ausgetauscht werden, sonst... Ja, und jetzt sag mir mal, was ich machen kann mir ist LW. Warte, wenn ich das Zimmer hier gemacht habe, kannst du das Zimmer oben drüber bauen. Oh, hin. Und das... Das hier... Das hier, weiß ich auch nicht, wie ich das wieder wegkriege. Das ist irgendwie wieder... Bekommen. Was machst du? Was? Was hast du gemacht? Da ist ein... Ein Ding ins hier. Was? Ein Piston ist da. Ach. Der blinkt rot. Ja, eigentlich ja nicht. Bei mir schon. Achtung mal leiser machen. Das war halt ein bisschen zu leiser. Oh man, äh... Passen wir eigentlich mal die Höhe von den Treppen hier an. Ist ja noch nicht fertig. Ich weiß, dass du hier noch ein Boden draufkommst. Ja, das sollten wir bald mal machen, weil ich hab kein Bock, mich da jedes Mal hochzutschicken. Ja, ich weiß, ich muss dafür hier nicht hinfliegen, ist alles. Ist ja gut. So, ich mach das hier jetzt mal wieder raus, so. Äh... Da... Okay, ich muss ja jetzt das hier auch noch rausholen. Und das da rein. Weil sonst sieht das scheiße aus. Ne, kann man da liegen. So, und dann hier. Und dann... Ja. Uh, hallo. Und hier ist halt dunkel wegen der Wolke, das ist halt scheiße. Ich seh' gar nix. Ne, ich hab's hinkriegt. So, dann kann ich aber hier ein bisschen Redstone. Äh, ja, wie das hier kann ich wegmachen. Das hier kann ich wegmachen. Das hier kann ich wegmachen. Das kann ich wegmachen. Ja, hier liegt noch Redstone. Ich seh das. Und da auch, ja. Und das müsste ich jetzt da auch nochmal machen, da. Ich seh das Sack, das hab ich dir grad hingeschmissen. Ja, das... Das... Ja, egal. Also die ganze... Das andere Haus auch nochmal... Äh, Zimmer. Da hinbauen. Und ich muss hier runter. Wo was hinbauen? Ja, da wo du stehst, einfach noch ein Zimmer hinbauen. So, machen wir das gleich auch noch hier. Die selben Abmessungen, ne? Hm? Die selben Abmessungen, ne? Ja, wie unten. So, da. Mach ich gleich mal rein, dann. Aber dafür brauch ich Cobblestone. Den hab ich aber nicht in mein Inventar. Ähm, dann hier. Hab ich mir gedacht, ich mach immer nur eine Seite. Also hier mach ich jetzt die Seite. Tschu. Und lass den hier weg, weil das ist immer noch hell genug. Mhm, wir haben aber auch keinen Cobblestone mehr. Ach. Ich hab nur noch, äh, ein Stack. Plus neun. Hast du nicht gesagt, wir können irgendwo massig Cobblestone abbauen? Ja, unten. Ich muss aber dir noch zeigen, wo. Moment. Ja, einfach wenn du die Treppe, äh, die Treppe, die ich da nach unten gebaut hab, äh, runter gehst. Und da ist dann. Ja. Naja, Cleanstone würde ich sagen, kann man immer mal gebrauchen. Weiße Wolle eher nicht so. Knochenmehl auch nicht. Leder nicht. Weiße, Spitzacke. Ah, egal. Das auch nicht, das auch nicht. Warte mal. Kann ich da nicht durch den Boden, durch? Oh Mann. Ich will durch den Boden. Naja, ich geh jetzt erstmal hier hoch, dann kann ich das jetzt noch nach. So, hier muss das jetzt noch hin. Das hab ich mir jetzt mal gemerkt, so. Und dann ist das hier auch blöd. Ich bin halt ein bisschen mehr Closedowns hier drin, aber das ist ja auch ein riesiges Zimmer. So, hier. Komm mal runter. Wenn du...